Was denkst du? So, ich sagte ja vorhin, ich gehe gerne laufen, wenn es dunkel ist. Und da ist es von vorn, wenn man Licht dabei hat. Und deswegen habe ich diverse Stirnlampen gehabt. Habe immer noch ein paar, weil ich mir natürlich gedacht habe, das probierst du mal aus, welche Stirnlampe ist dann wohl geil. Wo macht das, was man haben möchte. Und hängen geblieben bin ich bei der LED-Lancer CO7R. CO7R, das ist eine Stirnlampe von LED-Lancer. Und die kann ein paar Dinge. Und man möchte jetzt sagen, ja, im Moment ist da Bits und so. Hier sind keine Bits drin, sondern die macht nur Licht. Aber die macht so ein bisschen Bits, deswegen habe ich sie mir mitgebracht. Hat sie Bluetooth. Sie hat tatsächlich keinen Bluetooth, sie ist nur blau. Aber das ist nicht so wild. So, ich kann die jetzt erstmal anmachen. Und die ist unfassbar hell. Ich kann die zusätzlich fokussieren, was schon mal ziemlich praktisch ist. Spezifiziere unfassbar hell, bitte. Der ist schon hell. Schau mich nochmal an. Sie hat 220 Lumen Maximum, die ich aber halt fokussieren kann, was echt viel ausmacht. Und Minimum 20 Lumen. Also, wie gesagt, ich habe einen Fokusring, da kann ich das einstellen, was wirklich ernsthaft hilft. Er hat eine Weite von 130 Metern bis 40 Metern. Was schon echt 130 Meter ist. Ziemlich weit und sie macht unglaublich hell. Würde ich sagen, ja. So, jetzt kann man zusätzlich, kann man auch einen, jetzt mache ich sie wieder an, so, zack. Einen nicht so hellen Modus schalten. Der ist für die meisten Sachen auch völlig in Ordnung, wenn man jetzt aber wirklich sicher gehen möchte, dass man echt nirgendwo rüber stolpert, weil es wirklich dunkel ist und man Trailrunning irgendwo im Wald macht, ist der helle vielleicht besser. Wenn man jetzt aber so Misch-Runs macht, dann möchte man vielleicht ab und zu, zum Beispiel, wenn man an der Straße langläuft und das helle Ding, das stört Autofahrer schon sehr. Also, du hast es vorhin gemerkt, wenn ich dir da direkt in die Augen mitleuchte, das ist nicht so angenehm. Wer bist du? So, und da hat die LED-Lenzer SEO 7R noch eine ganz nette Funktion und zwar hat sie einen Fotosensor drin. Wir sehen jetzt schon, es ist jetzt hier relativ hell, deswegen ist die Lamp jetzt nicht so hell. Wenn es jetzt, wir zeigen das mal kurz, wenn es jetzt sehr dunkel wird, ist vielleicht nicht so dunkel, weil es immer noch so hell ist. Okay, wir machen jetzt hier noch. Und wir sehen schon, sie regelt jetzt automatisch nach. Uh, ja. Und das ist echt ernsthaft praktisch. Siehst du mich jetzt? Oder wie sieht das aus? Okay, ja doch, es ist hell, ist richtig. Und wenn wir jetzt das Licht halt wieder anmachen, dann ist die Kamera unscharf, aus Gründen, das wird sich sicher gleich ändern, aber sie regelt halt auch gleich wieder runter. Ich sehe nichts mehr, ist das so gedacht? Das ist so gedacht, ganz genau. Und das ist halt genau der Punkt, es kommt mir halt jetzt ein Auto entgegen und die Lampe regelt automatisch runter. Das ist wirklich praktisch, weil sie muss in dem Moment nicht volle Lotte Strom verbrauchen und der Autofahrer ist nicht total geblendet. Sie kann natürlich auch noch so Späßchen wie Blink-Modus, den man vielleicht aus irgendwelchen Gründen haben will, um besser gesehen zu werden. Und was sie noch kann, ich versuche das hier einzuschalten, ist einfach so eine rote Leucht-LED, damit man halt gesehen wird. Kannst ja vorne und hinten eine draufkleben. Das wäre praktisch, wäre halt ein bisschen behämmert. Was außerdem ganz nett ist, ist, dass man kann natürlich drei AAA-Batterien reinstecken, dann hält sie auch relativ lange, aber was Lettland sich gedacht hat, wir liefern da ein Akkupack mit. Es hat einfach so ein kleines Akkupack. Was dieses Akkupack besonders hat, ist, dass ein Micro-USB-Anschluss direkt im Akkupack vorhanden ist. Das heißt, ich kann den Akkupack an Micro-USB anschließen und dort drin aufladen. Ich habe die jetzt schon, ja, der ist nicht mehr der frischeste. Also auf volle Lotte kann ich damit maximal zwei Stunden laufen gehen oder eineinhalb Stunden. Dann ist der auch durch. Im adaptiven Modus kommt es halt ein bisschen darauf an, wie hell sie halt meistens sein muss. Außerdem kann man, und das finde ich ganz praktisch, den Neigungswinkler auch noch verstellen. Das heißt, man kann die halt auf jeden Fall dann so ausrichten, dass sie die Stelle am Boden erreicht, die man halt auch beleuchten möchte. Und finde ich grundsätzlich eine ganz nette Geschichte. Ist halt leider nicht ganz billig. Die OVP ist, glaube ich, irgendwie 95 Euro. Die kostet, weiß ich nicht, 65 oder so, kostet in Wirklichkeit bei Amazon. Aber es ist halt, ich hatte so eine Petzel-Ticker zum Beispiel und von Sigma noch eine, die sind halt im Vergleich sind das halt Funzeln. Also ich war neulich, ich habe einem Freund von mir eine alte von mir gegeben und da waren wir zusammen laufen und der die ganze Zeit, was ist das für eine scheiß Lampe, die ich da habe? Da habe ich halt meine ausgemacht. Seine ist natürlich immer noch so hell, dass es geht. Aber im Vergleich sind die halt, waren die alten halt im Vergleich lame, weil die halt wirklich wahnsinnig viel Licht macht. Gut. Moment. Ja. Viele, viele Fragen. Ach was? Das ist eine Lampe. Ich stehe ja auf helles Licht, aber das war, das hat geblendet. Ja. Ja, ja, das war. Also, ähm, Bonuspunkte, weil der LED-Lenz es auf dem Kopfband steht. Ja. Ähm, ja. Bonuspunkte. Und, äh, meine Frage habe ich vergessen vor lauter LED-Lenz. Habe ich alles richtig gemacht. Ähm, die, ähm, die Frage lautete... Aber 100 Meter, das reicht ja fast fürs Fahrradfahren dann auch, oder? Könnte man machen, ja. Sicher nicht erlaubt. Wenn man sie zusätzlich zu seinem, zu seinem, äh, festmontierten, ähm, Licht benutzt, ist es hundertprozentig erlaubt. Mhm. Sie ist irgendwie doch dimmbar. Oh, Skype is still working, super. Also, sie ist irgendwie dimmbar, ich weiß nicht mehr genau wie. Also, man kann sie tatsächlich auch manuell irgendwie hin und her dimmen. Wahrscheinlich muss man da irgendwas lang drücken, war mir ja völlig wurscht, weil... Ja, ne? Ja, Leo, sonst noch da? Ja, ja. Ich denke immer noch über meine Frage nach. Eben als Basti erzählt hat, sind mir sehr viele Fragen eingefallen. Und dann sind alle verloren gegangen, als ich LED-Lencers gesehen habe. Ist fast ein bisschen schade. Ja, ja. Ähm, ja. Benutzt du auch sowas, oder? Ja, ja, ja. Braucht man schon, weil ich meine, der Punkt ist ja, das ist ja relativ faszinierend, weil du, ähm, du erweiterst, du erweiterst den Tag. Ja, total. Und, äh, das ist ja relativ lustig, dass, ähm, diese Möglichkeit halt zwingend voraussetzt, dass man sich so ein Kopf, äh, so eine Lampe um den Kopf schnallt. Ähm, und, äh, das ist schon sinnvoll. Also, ich meine, im Winter ist das halt echt, äh, ja, unabkömmlich. Weil das Zeitfenster halt echt so gering ist. Und ich geh im Sommer halt gerne auch mal irgendwie um, um halb zwölf in der Nacht laufen, weil da einfach kein Schwein unterwegs ist und man halt einfach seine Ruhe vor den ganzen Deppen hat. Und, ähm, da hilft es halt. Und das ist im Winter ähnlich, weil im Winter geht halt, gehen die meisten Leute dann eh nur tagsüber laufen, weil dunkel. Und, äh, ist halt lustig im Wald. Also, das hat dann so ein bisschen, vielleicht, äh, vielleicht, äh, bin ich zu sehr, ich falle immer in den Plärwitsch-Modus zurück. Ja, ist doch super. Und hat da, also, hat diesen Effekt, äh, dass man plötzlich immer läuft und denkt so, ah, es ist hell und ich seh, und dann plötzlich denk mal, es ist eigentlich stockdunkel und ich bin nur in so einem komischen Lichtkegel und seh weder, was rechts und links von mir ist. Dann empfehle ich an der Stelle immer, Clint Mansell-Musik laufen zu lassen, weil da bist du wirklich komplett behämmert. Ja, also, wenn ich da Musik hören werde, weil ich höre dann immer irgendwie, da sind irgendwelche komischen Vögel, die dann plötzlich so Wuhu machen und dann flattert irgendwas an einem vorbei und auf einmal wird es dann doch so ein bisschen komisch. Aber das ist so ein ganz interessanter Effekt. Also, ich glaube, da kriegt man so ein bisschen, ja. Ich bin, ich bin neulich hier ums Haus gelaufen, weil ich ein Paket gesucht habe, das da Amazon irgendwo versteckt hat. Ja. Und bin halt mit der Taschenlampe draußen rumgelaufen und vorgekommen wie ein Einbrecher. Ja, ist so normal. Ganz normal. Mit der Kopflampe kannst du da auch, die kannst du für allerhand Komischkeiten dann einsetzen, zum Beispiel, irgendwie durch Keller sich zu wühlen oder irgendwelche anderen. Also, es ist sehr praktisch, eine Kopflampe zu besitzen, habe ich festgestellt. Ich hatte mir da vorher nie drüber Gedanken gemacht, aber man kann die andauernd benutzen. Ja, und ich tue es halt auch ernsthaft. Also, wenn ich halt irgendwie bei mir im Dachkammer liegen muss und irgendwas auseinander friemeln, dann ist es schön, wenn ich nicht Mund oder Hand volle habe mit irgendeiner Taschenlampe, weil ich dann, wenn ich zum einen noch reden kann und ich unkontrolliert aus der Seite raus sabber, wenn ich es im Mund hätte, die Taschenlampe, oder ich habe halt zwei Hände frei, um irgendwas zu tun. Ich habe zum Beispiel im Gartenhaus vom Carport habe ich so eine Billowlampe liegen, die ich halt aufsetzen kann, um irgendwas zu tun. Das ist halt ernsthaft praktisch. Also, ich bin selbst.